Was sagst du, Bubu? Ich gehöre in eine geschlossene Anstalt, weil ich Stimmen in meinem Kopf höre? Ja, was meinst du denn, wo ich herkomme? Da sind ganz viele weiße Zimmer und alle haben die Hände auf dem Rücken. Oh, ich hüpfe jetzt mal rüber zu meinem Fernrohr. Heute ist nämlich ein Bild von mir dabei. Fernrohr, ich komme! So, das erste Bild ist von der Sarah Leonie. Und die Sarah Leonie, die findet mich scheiße. Und weißt du was? Ich finde dich auch scheiße. Ich finde dich sogar immer dreimal mehr scheiße, als wie du mich scheiße findest. Was, Bubu? Nein, die Sarah Leonie hat nicht recht. Was sagst du, Bubu? Du willst mit mir Schluss machen? Nein, aber Bubu, das mit dem Fernrohr, das hat doch nichts mit uns zu tun. Bubu, ich war betrunken. Guck mal, wir passen zusammen, wir gehören zusammen. Gib uns noch eine Chance. Bubu, denk doch an die Kinder. Nein? Oh, na gut. Aber weißt du was? Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand haben.